Star Wars Knights of the Old Republic In der letzten Folge sind wir auf Dantuin gelandet, um die Prüfung eines Jedis abzulegen. Und zwei von drei haben wir bereits geschafft. Einmal die theoretische Prüfung und eine kämpferische Prüfung mehr oder weniger. Und jetzt kommt die dritte Prüfung, wo wir für Saar hier in den Hain gehen müssen. Um Herr der dunklen Seite zu werden. Denn diese beeinflusst die Natur, die Flora und Fauna. Und Wesen, die ursprünglich lieb waren, agieren äußerst aggressiv. Und dem sollen wir nachgehen. Und das ist auch gleichzeitig unsere Prüfung. In der letzten Folge sind wir dann hier angekommen. Auf diesem Ruin. Und ich denke, das ist der Hain, zu dem wir gehen sollten. Und wir gucken mal, ob wir da jetzt reinkommen. Und ob wir hier richtig sind. Weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Es ist blind quasi. Und, ähm... Genau. Deswegen schauen wir gleich, wie es weitergeht. Ich muss nur einmal ganz kurz schauen, ob der Stream auch läuft. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ich denke, der läuft. Wunderbar. Okay, dann kann es losgehen. Äh, dann gehen wir da mal rein. Erstmal heilen wir... Okay, wir heilen anscheinend. Doch nicht. Ich dachte, wir können jetzt... Äh, hallo? Was war das denn? Okay, wir können uns doch nochmal heilen. Wir haben heute nicht nur allzu viele Stimpacks. Doch wir haben gar keine mehr, oder? Medikids 5. Nee, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück. Bevor wir da jetzt, äh, rein, rein, rein rushen. Um uns noch ein paar, ein paar Medikids zu holen. Und dann gehen wir da rein. Ich weiß, es ist doof. Direkt, wir waren schon fast am Ziel. Aber ich würde halt gerne nochmal gucken, ähm... ob wir noch ein paar, ein paar Items kriegen. Und dann können wir ja versuchen, da reinzugehen. Weil so ohne Vorbereitung ist es quasi Sprung ins Ungewisse. Und wenn wir dann gegen den starken Gegner antreten müssen, dann müssten wir sozusagen nochmal ganz von vorne anfangen. Und das will ich vermeiden. Also gehen wir jetzt nochmal zurück. Ist ja auch nicht weit. Ist ja sogar schon hier. Ich glaube, das war der Händler, ne? So, ist auch hier anzumieten. Ah, warte mal, hat er jetzt nur... Der hat nur Waffen dabei. Immer von hier vielleicht? Andere Sachen? Mein Druid ist... Ah, nee, das ist es nicht. Äh... Bitte. Ich wollte ja nicht böse sein. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Händler finden. Wir schauen nochmal hier so ein bisschen rum. Weil es soll ja auch noch zwei Geschäfte hier in der Gegend geben. Wir müssen es ja nicht, im Prinzip nicht über... Über Schatzer spazieren. Deswegen... Will ich mal gucken, was hier ist. Nee, die Tür ist zu. Sieg da. Was sagt denn die Karte? Wir haben... Das ist südlicher Pfad. Auch südlicher Pfad. Seltsame Ruine. Okay, aber da steht jetzt nichts von irgendwie... Ob es da irgendwie einen Händler geben würde. Was war mit dem hier? Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Volk aufgenommen habe. In diesem Fall Volk, die erste Besinnung. Äh... Was ist euch zugestimmt? Ich bin ein Opfer, ein Flüchtling. Ich verlasse meine Heimat als Zivkommel. Sie bombardieren meine Welt. Zerstören sie. Zerstören Kontinente. Wir brauchen mehrere. Füße sind schlecht, ja. Aber sie sind nicht mehr. Finden die, die schon hier und bekannt. Sie mich auch mit, die im Volk kämpfen, aber nicht gewinnt. Nicht eure Schuld. Nichts, nein. Es ist nicht stark und es zerstört alle, die sich ihm ersetzen. Mein Dank habt ihr. Ich bin eurem Orden. Ihr braucht sonst noch was? Ich muss... Naja, ihr seid immer so beschäftigt. Nebenwohlen von Jedi. Okay, da muss ich ein bisschen südlicher lesen. Ich konnte nicht alles lesen, war fast schon zu schnell. Ähm... Genau. Ja, jetzt müssen wir uns irgendwie trotzdem nochmal mit Waren einbecken. Vielleicht ist hier noch irgendjemand, der was verkauft. Sika, Jedi, nee. Da ist auch eine Truhe. Nein, da ist ein Stuhl. Ist das. Keine Truhe. Aber fast. Fast das Gleiche. John, Rilka, Gar, nee. Er, war er ein Händler? Manchmal ist es... Wie kann ich euch... Ähm... Nee, ich muss jetzt gehen. Okay, jetzt sind wir die wieder. Sehr zusammen. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt da wieder reingehe, ist das dann quasi... Dann muss ich quasi alles von vorne machen, oder? Dann werden die respawnen. Nee, das will ich nicht. Dann versuchen wir es doch ohne... Ohne Medikids. Also, wir haben ja noch ein paar, aber wir versuchen es einfach mal ohne. Und das ist, der keiner hat. Das ist echt bescheuert. Da habe ich die übersehen. YouTube, abend. Äh... Zieht dir an zu reden. Ob ich auch verkaufen. Verkaufen? Nee, stopp. Das sind die ganzen... Die ganzen Panzerungen. Nee, der hat nur... Nur Waffen. Aber wir können ja mal, bevor wir in die Ruine gehen, die anderen ganzen Gebiete abklappern. Ähm... Vielleicht... Vielleicht finden wir ja noch was aus den anderen Gebieten. Genau. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Wollen wir jetzt in diese Ruine gehen, will ich wissen, was hier noch so ist. Erstmal die ganze Karte mehr oder weniger aufdecken. Matalee anwesend. Ja, wir haben zum Matalee anwesend. Vielleicht können wir da ja was kaufen. Oha. Wo sind wir denn hier? Da ist... Das sind dieses Gegner. Kann man kurz speichern. Äh... Speichern. Yep. Freiheit Gaming. Neun. Wie ist es auch mal jetzt? Mandalorianer. Und die sind nicht böse. Vielleicht sind die ja lieb sogar. Du willst uns hinhalten? Was? Ja, nachdem du uns nicht genug Geld gegeben hast, müssen wir es dir wohl Stück für Stück aus den Rippen schneiden. Nein, bitte! Nehmt meine Frau und meine Kinder. Ich flehe euch an! Oh mein Gott. Er hat seine Frau und seine Kinder. Ach du Scheiße. Frau und Kinder. Hört sich gut an. Und er hat direkt abgeknallt. Alter, wie viel sind das? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ist da noch einer? Ne. Äh... Ich würde sagen, das ist der Stärkste von allen. Machen wir den als erstes Platz. Mal versuchen sie es zumindest. Attacke. Und mit dem Buki auch nochmal drauf. Ah, warum geht das nicht? Hä? Hallo? Ich kann ihn nicht anklicken. Verdammt. Hä? Solange Feinde in der Nähe sind, wird es sich mischen. Was? Was ist mit der jetzt passiert? Keine Ahnung. Ach, kann ich mit der gar nicht... Keine Ahnung. Vielleicht dachten sie hier mit der Reden. Vielleicht nur, ob sie aufgeklickt haben. Wer weiß. Oh nein, ich bin down. Wir können es wieder laden. Das war nicht gut. Dann machen wir den Kampf danach. Wenn wir das geladen haben. Also wenn wir uns besser vorbereitet haben. Weil so einfach klappt das glaube ich nicht. Wir müssen mal hier lang gehen. Das haben wir hier. Das ist auch noch ein Weg. Da kann man lang gehen. Da können wir hier lang und da lang gehen. Gehölz. Was ist hier hinten? Okay, da kommen wir wieder zurück zu dem Wagen. Dann gehen wir mal eins. Gehölz. Mal gucken, was da ist. So, hier rein. Mal schauen, ob wir da besser zurechtkommen. Alter, was ist mit der Kamera los? Hallo? Hallo? Oh, da sind, was ist denn das? Karthunde, aber große Karthunde. Was haben wir hier hinten? Wir gehen erstmal hier lang. Olog, was bist du denn? Ich will mit dem reden. Ich will mit dem reden. der hier vor allen Dingen mit dem Begang wird. An der Kommunikation wird hier nicht scheitern. Verdichte entsprechen nur, wie ich gutisch und frage. Ich wollte diesen Fall selbst arbeiten, aber da ich jetzt schon hier sei, ist dies vielleicht eine gute Gelegenheit für euch zu zeigen, wie viel ihr in der Akademie bereits gelernt habt. Vielleicht könnt ihr mir bei der Wahrheitsfindung helfen, und vielleicht eher noch kein Jedi sagen. Was soll ich tun? Und dann habt euch bei beiden vermächtigt. Ich habe hier eine Information, der mit den Archiven der Jedi-Enklave und der Hauptstadt verbunden ist. So muss man seine Arbeit machen. Ich werde euch mit Weisheit und Erfahrung zur Seite stehen, aber ich werde den Fall nicht für euch lösen. Es bringt mir etwas, wenn ihr dieses Problem alleine tut. Was ist das? Ich habe gesagt, dass die Aussage der Weisheit von Kitarre zu geprüfen. Wenn ihr mit den möglichen Karcher gar nicht gerne aufbrechen. Juhalita kutototun. Juhalita kutototun. Juhalita kutototun. Juhalita kutototun. Juhalita kutototun. Juhalita kutototun. Wenn ihr keinen zufriedenstellenden Lösungen anbieten könnt. Bring ich die Männer in die klaren Regelung. Juhalita kutotun. Juhalita kutotun. Juhalita kutotun. Juhalita kutotun. Juhalita kutotun. Niemand würde angesichts der Gewitterwölfe, die heute Morgen aufgezogen, freiwillig nach draußen gehen. Dieser Fall wird immer komplizierter. Der Blockerang losgeht. Der Kunde, der Halder Nette, hat eine Schusskunde im Rücken. In der Nähe der Reise haben wir ein blutverschmiertes Gewerge gefunden. Es wurde zur Analyse in die Enklave gebracht. Als ich einst, waren zwei weitere Männer am Tag. Einer der Männer, ein gewisser hoher Mule, Baunbewachung, der andere, Uchal Nette, macht da eine Jagdläser bei mir. Beide betreuern ihre Rundschulden und behaupten, die Reichen nur gefunden zu haben. Allerdings zuerst, die sich gegenseitig scheinbar steckt mehr dahinter, als man uns gesagt hat. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Noch etwas. Er hat sich am Tag und einfach, fielte sich Hand an, die Seite von Mule, hat er einen Bein haltet zu haben. Ich möchte euch das gut, während wir mit unseren Ermittlungen gesprochen haben. Gibt es noch etwas, was wir brauchen? Ich warte hier aus, während ich die Zeugenbefrage. Ja, ich brauche Medipacks. Deswegen bin ich hier. Gibt es mir was? Ähm, wer den roten Voranz ist. Kommt wieder, wenn wir mit unseren Geschirrchen, kann ich sagen. Vielleicht können wir den Mord gemeinsam unkonstruieren. Oh, sehr gut. schon wieder jemand von den jedi was ihr hilft dem twilek offenbar bei seinen nachforschungen er kommt wohl nicht weiter ich bin rickhard lusauf vielleicht könnt ihr die angelegenheit klären damit ich endlich von hier verschwinden kann nun ich war da draußen auf der jagd nach irias als ich eines der biester bei der brücke sehe ich schnappe mir also ein gewehr und ziele ich konnte auch nicht so gut sehen weil mir die sonne in die augen schien ich schieße also und das fiel fällt dann gehe ich hinüber und sehe händen als er sich über kelders leiche beugt warum beendet ihr also diese ganze fahrs nicht und schickt diese heulsuse händen ins gefängnis wo er hingehört also rickhard beschuldigt händen dann nehmen und er wird wahrscheinlich jetzt rickhard beschuldigt wir sollten die gleiche abgabe seid mir gegrüßt ihr unterstützt wohl master bollock bei seinen untersuchungen ich bin händen gut vielleicht habt ihr von mir gehört nun dann versichere ich euch bei meinem guten ruf dass ich nichts mit dem mord zu tun hatte ich werde euch bei der lösung des falles helfen so gut mir das möglich ist wisst ihr ich war heute in den frühen morgenstunden hier laufen ja laufen ich betreibe gern sport kann landgleiter nicht ausstehen ich verwende sie niemals so bleibe ich in form auf jeden fall lief ich also auf der anderen seite dieser brücke entlang als ich plötzlich einen schuss von hier drüben hörte ich rannte hinüber und fand diesen mann kerl der tod auf dem boden liegen habt ihr den mord gesehen ich sah rickhards wir aus den schatten zwischen den felsen im süden des flusses schlicht ich wusste gleich dass etwas nicht stimmt ich drückte meinen notruf knopf und gab der enklave bescheid also das ist meine geschichte jetzt verhaftet endlich rickhard damit ich mit dem angebrochenen tag noch was anfangen kann okay ich will natürlich wirklich so sein dass beide zufällig waren und dann schauen die leiche von karl war rettig wurde mit einem guten tag schüler ich nehme an sie sollen meister bolluk bei der lösung dieses problems behilflich sein ich bin ein informationsdroide ich habe zugriff auf alle daten der jedi enklave und der zentralregierung von den tue sollten sie meine hilfe benötigen zögern sie nicht mich anzusprechen ich habe bereits informationen über karl der netik wicker blues auf und handeln gut aus den archiven eingeholt außerdem habe ich mir erlaubt die leiche von mr netik zu untersuchen brauchen sie irgendwelche informationen nach einer ersten analyse der leiche gehe ich davon aus dass der tod vor etwa drei stunden eingetreten ist die todesursache war eine blaster verletzung im torso brauchen sie noch weitere informationen in diesen ebenen leben zahlreiche wildtiere ilyas sind friedlich aber leicht reizbar als wesentlich gefährlicher ja tödlich sind die kraft hunde zu bezeichnen in den letzten zwei wochen gab es über 35 angriffe von kraft hunden auf siegler vor drei tagen wurden die siegler behördlich aufgefordert ihre häuser nicht ohne waffen zu verlassen in den ebenen gibt es zahlreiche bauernhilfe und zufluchtsmöglichkeiten brauchen sie noch weitere informationen nicht gewesen sein sehr wohl wir wissen nichts warum das was im genre steht die prüfung am oder sieht das ist das hier der jedi bollock hat die ich gebeten ihm bei seinen ermittlungen in seinen äußerst komplizierten fall zu untersuchen unterstützen er hofft mit deiner menschenkenntnis die widersprüchlichen aussage der zeugen klarstellen zu können okay das ist auch nicht weil da vielleicht aber noch mal reden was wollt ihr also wissen rollo sagt ihr hink seid ihr verletzt nun ich habe mir den knöchel verstaubt als ich durch das gebüsch rannte bevor ich die leiche fand aber es ist nichts ernstes was wollt ihr also wissen warum seid ihr draußen ich habe es euch doch schon gesagt oder ich habe irias bejagt ich habe in letzter zeit nicht viele von den biestern gesehen jetzt wo sich die karfunde so aufführen aber wenn man sich mühe gibt findet man noch immer welche ich sah eines im süden von hier gegen das licht wie ich schon sagte ich schoss und peng es fiel doch als ich zur stelle kam wo es sein sollte sah ich händen über die leiche gebeugt und das irias war fort nein ich habe damit nichts zu tun kann ich jetzt also das war natürlich eine gute information noch nicht Was wollt ihr also wissen? Okay, er ist sauer. Es kann natürlich sein, dass er nicht die Gerias gesehen hat, sondern dass er vielleicht irgendwie aus Versehen den Typen erschossen hat und das jetzt nicht zugeben will. Was wollt ihr jetzt sehen? Nun, ich war im Süden. Ich schock kelder. Das wäre erstmal alles. Gut. Also ich würde sagen, das rickert das wahr. Aber jetzt bin ich nochmal mit Hand dran. Wie kann ich euch sonst nicht? Ihr haltet euch die Seite. Seid ihr verletzt? Verletzt? Nein, natürlich nicht. Warum hätte ich mich verletzen sollen? Fit wie ein Banter. Okay, das ist aber eine Lüge. Also anscheinend ist er irgendwie doch verletzt. Wie kann ich euch sonst noch behilflich sein? Mit je die Kräften, die irgendwie noch zu zwingen, die Gewalt zu sagen. Warum seid ihr dort draußen gewesen? Ich war gerade bei meinem täglichen Ausdauertraining. Ich bin zufällig hier vorbeigelaufen, als ich den Schuss hörte. Ich rannte hier herüber und sah Kerl das Leiche. Binnt ihr oft in den Ebenen umher? Ja, ziemlich häufig. Ich bevorzuge das Laufen. Ich kann Landgleitern. Aus einem gesunden Körper wird auch ein gesunder Verstand entspringen, wie ich schon immer zu sagen pflegte. Ich möchte euch etwas anderes fragen. Wie kann ich euch sonst noch behilflich sein? Ich bin gespannt. Wie sind beide Aussagen recht seltsam? Äh, was habt ihr gesehen? Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich war auf der anderen Seite der Brücke, da hörte ich... Ich war gerade erst... Ich hatte keine... Was? Ich hoffe... Vielleicht... Das wäre jetzt auch mal mit dem Medi-Meister sprechen. Ja, kann ich sonst noch was tun? Ich würde gerne über die Umstände des Mordes sprechen. Also gut, machen wir noch mal von vorne. Wenn wir die Wahrheit unterlegen, teils zu aufbeten, würden wir auf den Fall... Ich werde jetzt ein paar Sekunden später mit einem... ich habe behauptet dass er im wellen soll nicht ein irias gesehen und auf ihn geschossen hat das ist die frage ich würde sagen handeln hat er gesagt hat gesagt er sei nicht verletzt er hat die bei der leiche gefunden was nicht erwähnt er genau zu rechtes zeichen dass es dort war oder konnte einfach nicht schon auch wieder ja was er gesagt hat die verdächtigen vielleicht finde ich ja noch etwas heraus ich weiß jetzt wenn er nicht wirklich ich bin sicher ihr welten wo sie weiter haben der hat es mir ziemlich bewusst er war genau zur recht zeit hier der gegend wo schon es gab es schon seltsame zu finden, da steht es gar nicht zu bilden, das weiß doch gar nichts, da kann auch mal ein typischer dagegen gewesen sein, ja das sagt er die ganze Zeit, aber wenn die mit der ermittlung über Vollzeit, das hat er schon mal gesagt, wer die oder die komforte liebt, das kann natürlich sein, dass Rikert aus Versehen ins Licht geschaut hat, und dabei dann an Stelle von dem Tier ihn hier getroffen hat, oder er hat ihn natürlich auch einfach über einen Haufen geschaffen, das könnte nicht aussehen, das ist kein Aus Versehen da. Ich spreng nochmal mit Rikert, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht... Was wollt ihr also? Gut. Wir haben auch keine Fähigkeit leider, um herauszufinden, was da passiert ist. Vielleicht lassen wir die Quest erstmal noch hoffen, und schauen denen zu, dass wir nicht da in diese Türe sein werden, weil wir kaum noch Stimpex haben. Guck mal, da geht es wieder zurück. Ah, okay, wir müssen wiederhallen, da geht es wieder zurück. Aber ich will ja auch irgendwie auch noch an Stimpex rankommen. Hm. Nein, nicht kämpfen. Wir gehen so ein bisschen weiter rechts, vielleicht kommen wir da irgendwie durch. Ja, sehr schön. Vielleicht ist in der, ähm... In der Akademie vielleicht gibt es da ja noch irgendwie Stimpex. Und wir machen die Prüfung erstmal fertig und versuchen es so, um es zu schaffen. Vielleicht wenn wir da einmal rein rausgehen, vielleicht sind wir dann geheilt mehr oder weniger. Oder was mir gerade einfällt... Was passiert denn, wenn ich, äh, auf zurück zum Lager klicke? Dann sind wir doch auch geheilt, oder? Ups. Die Map. Zu, zu... Ebenhawk. Ah, okay, da ist das Lager, mehr da weniger. Dann lass uns das mal machen. Und dann können wir ja im Prinzip einfach wieder hierher kommen. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal... Moment, wo war denn jetzt nochmal die Ruine? Da war die Ruine. Wir gehen zur Ruine. Forten uns zurück. Oh, fuck, da sind schon diese Tiere gespawnt. Ist das nur eins? Was ist das denn hier drin? So, erstmal verfolgen wir den erstmal. Ne, es ist glaube ich nur einer. Ja, es ist nur einer. Den kriegen wir vielleicht noch erledigt. Weil wir gehen mit, mit Cardio proben. Weil er das Lichtschwert bei sich trägt. Oh ne, es sind, es sind doch mehrere. Es sind, äh, zwei wie es aussieht. Ja genau, ich denke es sind zwei. Da kommt noch einer. Der passt größere vielleicht. Und... Ah, ja das passt. Schneller Schuss. Und... Okay, das wird den erledigen. Und... Ah, ja das kommt noch einer. Ja, aber wer ist den anderen? Ja, aber... Hä, wo ist der jetzt hingelaufen? Wendet der weg? Wendet der weg? Wendet der weg? Oh, hinterher! Wendet der weg? Angriff! Was? Oho... 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 Er kommt zurück. Ahhh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ahhhhhh... er greift er greift wegzett antworten lasst es was war es für euch er fehlt brand genau hat funktioniert sehr schnell ach guck mal wie schnell die respawn wenn ich das jetzt wenn ich nach Airtour gekommen wäre dann wir hätten wahrscheinlich mal gegen alle noch mal kämpfen müssen so können wir uns jetzt hier hinstellen und einfach mal versuchen ob wir jetzt über die map zurück können genau wenn es so ist wie auf Taris dann kann man bestimmt was ist jetzt los was passiert jetzt Mission bist du's ich bin's Lina weißt du noch ich war auf Taris mit deinem Bruder zusammen Lina was machst du hier wo ist Griff ich bin nur auf der Durchreise Griff und ich haben uns einige Monate nachdem wir Taris verlassen hatten getrennt ist wohl besser so dein Bruder bringt Unglück rede nicht so über meinen Bruder du aufgeblasene Schlampe nimm das sofort zurück oder ich reiß dir deine verdammten Tentakel aus Mischen Mischen was ist denn los mit dir was habe ich dir denn getan äh ihr nahmt ihr ihren Bruder und habt sie allein auf Taris zurückgelassen Mischen regt sich leicht auf wenn es um ihren Bruder geht das ist nicht ganz richtig Mischen hätte uns begleiten können aber sie wollte ja nicht es war allein ihre Entscheidung zu bleiben du lügst Griff hat gesagt dass du seine kleine Schwester nicht mitschleppen wolltest deshalb musste er mich zurücklassen das hat er dir erzählt ich wollte dass du mitkommst Mischen ich hätte sogar dein Ticket bezahlt warum auch nicht ich habe sowieso alles bezahlt dieser verdammte Schmarotzer mir hat er gesagt dass du zu sehr an Taris hängst also wollte ich ihn überreden ebenfalls zu bleiben aber er bestand darauf dich erst später nach Tatooine zu holen das war auch eine seiner Lügen nein die einzige die hier lügt bist du Griff hätte mich nie zurückgelassen warum sollten wir glauben Lena vielleicht dachte er du wärst auf Taris besser dran oder vielleicht ist dein Bruder nicht der Mann für den er sich ausgegeben hat warum sollten wir glauben überleg doch mal wenn Griff dich nicht loswerden wollte warum hat er dir nicht gesagt wohin wir fliegen als wir Taris verlassen hatten erzählt er mir dass du immer nur ein Klotz am Bein warst tja Griff macht immer andere für seine Probleme verantwortlich deshalb hat er dich verlassen als mein Geld alle war hat er dasselbe mit mir gemacht plötzlich gab er mir die Schuld dass seine verrückten Pläne nicht funktionierten okay klingt jetzt wärst du unbedingt besser dran naja nicht wirklich okay wo ist Griff jetzt immer noch auf Tatooine soweit ich weiß nicht dass es mich interessieren würde und Mischen sollte diesen Taugenichts am besten auch vergessen aber Griff ist mein Bruder ich kann nicht einfach so tun als gäbe es ihn nicht wenn er hier wäre um sich zu verteidigen würde Lena nicht so über ihn reden hey wenn du mit Griff reden willst nur zu soweit ich weiß arbeitet er neuerdings in den Minen der Cherka Corporation auf Tatooine wie dem auch sei ich will den Mistkerl nie wiedersehen Griff ist ohne dich sowieso besser dran du strippende Tentakelschlampe tja das war mein Stichwort oh mein Gott ich wollte dich nicht provozieren mischen aber eines Tages wirst du erkennen dass ich recht hatte hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät ah okay krass das war sie jetzt entdeckt ähm wo war hier ich kukumo no ba wo lehrat kuh tom hit kuh chon ching ne bobo jemata depun nage dol piki kuh anna ähm ich vertrete einen menschlichen bürger von danken und danken oder die danken immer wieder mit danken und danken das habe ich doch schon mal erfahren doch nicht aber ich weiß nicht dass sie noch lebt gibt es auf dantuin auch problem mit mandalorianern das haben wir gesehen aber das ist noch nicht so eindeutig sollten sich damit nicht die örtlichen behörden befassen könnt ihr mir etwas über dantuin erzählen ich werde nach eurem mädchen ausschalten ich bat die den klaren ich werde auch ich glaube wir kennen Es ist schwierig, aber Lohn? Hm, naja. Die Meister sieht mir zu langsam. Ich suche nach Kristalln für meinen Licht, für meinen Laserspatter. Auch dann gibt es Höhen mit Selbstsangsteil, die wir für unseren Laserspatter benötigen. Da gibt ab in den Höhen lauernstreckliche Gefahren. Das ist ja so eine. Wir Glück bei auch weiteren Ausbildungen. Möge die Macht mit sein. Ja, das hält uns aber auch nicht, weil wir brauchen immer noch jemanden, der uns Medikids verkauft. Belaya, vielleicht können Sie uns was verkaufen. Seid gegrüßt, Schüler! Auch wenn ich annehme, dass ihr diesen untergeordneten Titel nicht mehr lange tragen werdet. Wie Master Zar mir mitteilte, macht ihr bemerkenswerte Fortschritte. Ihr werdet, so glaubt er, schon bald den Rang eines Padawan bekleiden. Dann seid ihr ein anerkannter Jedi. Und? Genießt ihr die Ausbildung? Ja. Schwierig, aber es lohnt sich. Ich möchte lernen, die Macht einzusetzen und nicht wie sowieso geschwitzt lauschen. Ich möchte meinen Laserspatter verbessern und ich habe von etlichen Höhlen gehört. Jetzt können wir was fragen. 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 Danke schön. Aber wir suchen trotzdem weiterhin irgendwie einen Shop oder sowas. Koldroide, was haben wir hier? Ne, hier sind diese Räume. Ne, der verkauft jetzt glaub ich nichts. Ne, mit dem können wir spielen. Da ist die Feldkiste. Der schickt jetzt wieder weg. So, jetzt haben wir irgendwo müssen wir doch, irgendwo sollten wir doch Medikits oder sowas in der Art kriegen. Oh, die, die Macht hat nachgelassen. Diese eine Fähigkeit dort. Vielleicht, ne, bei Sarg können wir auf keinen Fall Sachen kaufen. Hm. Wir sind mal im Kreis gelaufen. Wir haben immer noch keinen, keinen Shop gefunden, wo wir Medikits bekommen. Aber wir sind zumindest wieder geheilt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können eigentlich jetzt direkt mal wieder zurückgehen. Zugreisen. Hm. Äh, ja. Wir reisen zurück und dann gehen wir mal in diese Höhle rein. Einmal kurz vorher speichern. Damit uns nichts passiert, weil sie sterben. Dann gehen wir mal direkt in die Höhle. Oder in diese Ruine, was auch immer das ist. Ah. Die Schwertür ist verriegelt. Okay, wir können da gar nicht rein. Alles klar, sicherlich. Ähm. Ähm. Jetzt sind aber allerdings diese Carthony wieder hier. Ist nicht so clever. Ähm. Es war nur einer, glaube ich. Ja, es war nur einer. Vielleicht können wir irgendwie so eine Tapferkeit. Perfekt. Und dann Attacke. Auf geht's. Was? Oh, es kräftelt. Aber ich kann es nicht anklicken. Ah, ist das doof. So, jetzt aber. Wieso kann ich es immer nicht anklicken? Irgendwie da ist dieses, das UI ist im Weg. So, jetzt. Und er kann Dauerfeuer machen. Und er kann Dauerfeuer machen. Und er kann Dauerfeuer machen. Klar. Also fürs nächste Level, dann müssen wir uns dringend die Heilfähigkeit besorgen. Das spart uns echt an Stimplex. Was? Wo waren wir denn jetzt schon? Da waren wir, glaube ich, auch schön. Südlicher Pfad. Das ist beides südlicher Pfad. Wir waren mal hier lang. Aber nur aus Neugier. Was die sagen. Ah, ne, da waren wir auch schon. Egal. Wir gehen jetzt noch mal rein. Wir suchen noch mal uns mit den Mandalorianen anzulegen. Äh. Oh, wir sind Carthony direkt bei uns. Das ist nicht so gut. Und da können wir uns voll anlegen. Wie geht's? Wir waren doch noch nicht. Wir sind verwirrt. Guck mal, was die Karte sagt. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, okay, okay. Wow. Ähm. Da hinten ist irgendwas. Da ist durch ne Stadt oder so. Lass da mal hingehen. Waffen Karte. Die können wir vielleicht angreifen. Das ist nur einer. Und du kannst auch angreifen. Bam, bam, bam. Und sie kann, wenn sie sich nichts irgendwie anklicken könnte. Hier. Oh nein. Ah, fuck. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Nicht gut. Äh, da müssen wir uns mal ein Energieschild einsetzen. Ähm. Du setzt ein Energieschild ein, bitte. Und danach kannst du das T-Shirt da reingreifen. Ähm. Du setzt dein Jedi-Schild mal ein. Dein Clips-Schild. Hä? Wie geht das denn jetzt? Ja. Vielleicht noch einmal. Sand. Und dann. Ja. Oh. Oh. Äh. Mal ein kleines Schild. Äh. Vielleicht auch mit den Granaten. Ja, weil dann noch. Vielleicht ist das noch so ein bisschen. Ja. Vielleicht kann man jetzt irgendwie mit Täusern oder so. Ein kleines Schuf. Oh je. Ja. Verdammt. Wir müssen aber lasse den Daumen gehen, so es ja nicht. Schlaf. Rot-Factined und.. Ja. Ja, ein paar. Ein paar hasse den Pixami, oder? L present. Und die Kettel erneut. Und nicht. Geschicklichkeit. Oh Mensch. Stärke, ich bin nicht fehl. Ja, sie greift weiter an. Ne, auch noch verdammt. Ja? Fehl, aber sie kann nicht. Alle haben Trappbarkeit bekommen. Oh oh. Er ist fast down. Heil dich. Shit, der ist K.O. Ich weiß doch nicht, wie stark die sind. Aber die geben auch wieder Fahre aus. Der ist 200 gewesen. Der ist auch fast down. Alter, das war knapp. Keine Ahnung, da hinten... Ich bin da so... Boah, was gibt's doch nicht. Ich glaube aber mal weiter. Scheiß auf die. Ich will hier irgendwie versuchen... Ist doch schon wieder tot. Nein. Die leben alle noch. Uff. Was ist das die... Warte mal, hier ist... Hier ist ein Haus. Die kann gleich rein. Tür... Ah. Okay. Gesperrt. Shit. Voll Zugangskader. Wäre nicht gut. Aber noch ein Eingang auf der anderen Seite. Tal... Tal... Talidroide. Auch zu. Das macht diese Droide gut. Keine Ahnung. Egal, wir gucken noch ein bisschen weiter rum. Ich würde auf jeden Fall... Ähm... Dass... Dass wir uns heilen können... Lernen sollen. Das ist natürlich schwierig. Jetzt sind wir wieder... Wieder bei der Brücke. So... Weiter geht's. Weiter geht's. Ah... Okay. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir die direkt schaffen. Vielleicht können wir noch mal uns zurück teleportieren. Und dann wieder hierher. Dann könnten wir es schaffen. Volltrick 17. Zurück zu ihm. Dann sind wir geheilt. So... Dass wir hier... Dass es hier keinen gibt, der uns irgendwie Medikets verkauft. Das ist irgendwie... Das nervt mich schon so ein bisschen. Oder... Warte mal, ist das dann dann? Handelsposten. Oh, Leute. Ich Idiot. Jo... Alles klar. Ähm... Der verkauft zu reden. So... Hallo. Das war's. Das war's. Hallo. Ja, hätte ich das vorgesehen. Hallo, schwarzes Hai. Aber der hat nicht das, was wir brauchen. Der hat Energieschild, die brauchen wir aber alle nicht. So, hier. Der ist mir egal, was du willst. Wir will Medikets kaufen. Gott sei Dank, wir können hier welche kaufen. Wir haben auch genug Geld. Dann kaufen wir mal zehn Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 fünf. Eins, sieben, acht, neun, zehn. Da haben wir jetzt noch ein paar. Und dann sollten wir auf jeden Fall öfters hierher zurückreisen, wenn wir großen Schaden genommen haben. Nicht, dass wir immer Medikets verschwenden, weil die sind ziemlich begrenzt. So, wieder zurück. Und da versuchen wir nochmal gegen den Mandalorianer zu kämpfen. Mal gucken, dass wir direkt angegriffen werden von irgendwas anderem. Gut, gut, speichern. Immer speichern, weil der war doch ziemlich ziemlich heftig vorhin. Ähm, er wird gleich meckern wahrscheinlich. Da kommt die Zwischensequenz. Du willst uns hineinhalten, was? Ja, nachdem du uns nicht genug Geld gegeben hast, ich hol Stück für Stück aus den Rippen schneiden. Nein, bitte, nehmt meine Frau und meine Kinder. Ich flehe euch an. So eine Trüche muss ich jetzt machen. Aber ich weiß nicht wo. Ich weiß ja so ungefähr, das muss hier irgendwo sein. Und jetzt renne ich hier rum und gucke, was es hier so zu erledigen gibt. Um einfach ein bisschen Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber unser Premierquest ist gerade, dass wir ein Jedi werden. Wir haben auch schon ein Lichtschwert, aber noch sind wir kein richtiger Jedi. Irgendwie ist das hier so ein bisschen komisch. So, nach dem Motto, man wird erst eine ziemlich verpfadabare. Also ich bin schon Jedi, habe ein Lichtschwert, aber... So, ein richtiger Jedi bin ich trotzdem noch nicht. Also, nicht die selten. So, einer ist down. Ah, der Mandalorian ist auch fast K.O. Vielleicht kümmert er das Schiff dazu. Ja? Vielleicht kann ich jetzt mal schlagen. Ja, er hat sich nicht mehr schlagen. Besser. Ja, er hat sich geschafft. Ha, sehr gut. Ohne Milchkipp. Da war die natürlich positiver. Was hat uns das gebracht? Eigentlich gar nichts, oder? Rossa, Lassekarabine. Okay. War wirklich storytechnisch? Aber das war ein Mandalorianer, Alter. Das Spiel ist deutlich lauter als ich. Okay, dann mache ich es gleich mal leiser. Gut zu wissen, danke schön. Oh, komm schon. So, kommt jetzt besser. Wobei, wir können auch mal die Musik leiser machen. So, besser. Ich werde jetzt ein bisschen zu leiser. So, jetzt könnte es passen. Da ist noch irgendwas, aber da komme ich irgendwie nicht daran. Da war ich schon dran, okay. Ich hätte, dass es hier noch rumliegt. Okay, super. Vielen Dank für den Hinweis. Das kann ich halt irgendwie nie genau... Ich habe nur so ein paar Balken, die mir sagen, wie lauter spielt. Und irgendwie laut den Balken ist meine Stimme sehr viel lauter. Aber das kann natürlich auch täuschen. Weil wenn diese Action-Szenen auftauchen. Oh, ich sollte mich mal... Ach, Quatsch, nicht heilen, sondern wir reisen jetzt wieder zurück. Und dann wieder hierher. Und dann sind wir direkt wieder... ...volle HP und verschwenden keine Medikids. Geheilt. Das ist so eigentlich das richtig, richtig lame, dass man das so machen kann. Aber hey. Das funktioniert. So. Wäre jetzt witzig, wenn die jetzt wieder hier stehen würden, die ganzen Gegner. Das wäre natürlich das Schwachsinn. Okay, wir müssen aber immer noch den Hain finden. Anscheinend waren die Ruinen nicht daheim. Sondern es war einfach irgendwelche Ruinen, wo ich später rein kann. Da geht es wieder zurück. Wir können jetzt nochmal... ...mal zurückgehen über die Brücke. Und dann da hinten die Karte weiter erforschen. Weil die haben uns einfach nur gesagt, wir müssen Südosten... ...wür die ganzen Map ist Südosten. Also das könnte hier einfach überall sein. Deswegen. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Nur in die Himmelsrichtung. Aber da ist auch nur... ...wie fühlt es eine Himmelsrichtung gibt. Die nicht laufen kann. Von der Jedi-Bart ist aus. Das ist ein bisschen seltsam. Aber egal. Das passt schon. So. Jetzt gehen wir mal hier rum. Da können wir auch nicht rein. Das habe ich gerade versucht. Da müssen wir bestimmt diesen Jedi nochmal voll quatschen. Da ist nichts. Okay. Hier geht es nicht weiter. Ist da oben eine Höhle? Ist das ein Höhleneingang? Das ist aber nur so ein Stück Holz. Ist aber nur Holz, ne? Oder Stein. Da sind Steinplatten, die so komisch stehen. Okay. Hier waren wir jetzt überall schon. Dann gehen wir nochmal zurück. In die Richtung. Oh, da sind noch ein paar von den Carthunden. Dann lassen wir uns die mal angreifen. Die gehen wieder Erfahrungspunkte. Das habe ich nur einer. Das lohnt sich sogar. Ich hoffe, der wird die sind bei mir. Manchmal stehen die Verfolger, die Komplizen auch weiter hinten. Aber so passt das eigentlich. Und diese Carthunden sind aber voll viel. Das ist wirklich viel, viel Schaden. Wenn das jetzt auf einmal klingt, dann ist das echt klingt. Da unten sind noch jede Menge von denen ich das wohl gesehen habe. Ja, da ist noch einer. Da sind nochmal zwei. Wir nehmen uns die Einzelnen vor. Oder ich versuche es irgendwie. Das war die Einzelnen besiegen. Zwar nicht alle den Luten. Pullen, denen sind auch nochmal welche. Oh Gott. Hardy ist schon wieder angeschlagen. Das ist natürlich nicht so geil. Wenn wir jetzt mich zurückporten, kann es natürlich sein, dass dann diese Viecher direkt wieder sporen. Was geht mal? Ich brauche die Heilfähigkeit. Unbedingt. Die Heilfähigkeit ist irgendwie ziemlich wichtig. Ja, da hinten sind ein paar Carthunder. Aber vielleicht können wir uns an denen ein bisschen beischleichen. Dass wir vielleicht hier so mitten durchgehen. Gar keinen von denen. Von den Pullen. Oder Triggern. Jetzt sind wir wieder im Gehölz. Da war das gerade, wo wir die Leiche gefunden haben. Oh. Da hinten sind Carthunder. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Oh, lolololololo. Direkt vor uns ist einer. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Augen auf. Oh Gott. Nicht gut. muss dringend level up sein wir die fähigkeit heilen besorgen ich habe keine lang müssen gehen mal da lang das durch noch ein hund okay vier auf einmal fünf dann ist noch einer ich hoffe dass dieses nein abbrechen hier zurück doch jetzt kommen sie aber ist allerdings alle vor uns das schon mal gut ich kann das mit granaten weg das wäre nicht schlecht noch einer direkt hinterher einige die drei sind besiegt jetzt ist noch einiges einfach was da hinten ist das daheim das könnte daheim sein sie aus wie so ein heim da hinten ist ein leiche überreste ist das natürlich jetzt nicht geheilt ich bin dein untergang das ist jetzt passiert 1 gegen 1 oder was 1 gegen 1 aber wir sind null geheilt viel mehr heilen sollen wir haben abbrechen ich bin weg ich will mich heilen noch mal heilen jetzt greift sie die an haben wir noch ein schild oder so was wir haben wir nicht damit kein schild aber wir können vielleicht macht aber kein einsatz mehr schaden hat sich und zwar haben einiges. Eeeelol. Alter, Jungs, die ist ja richtig rum. Handgriff. Voll noch. Starke Handlung. Ah, die ist toll. Sehr schön. Alter. Das macht richtig schaden. Hallo, unser Handlung. Oh no. Ich muss erst überleben. Oh no. Abbrechen, abhauen. Das gibt doch nicht, dass der so stark ist. Jetzt wieder heilen so ein bisschen. Oh, da können wir nicht mehr. Oh, da können wir nicht mehr. Oh, da können wir nicht mehr. Aber jetzt haben wir zumindest, jetzt haben wir die ganzen Medit-Pics verballert. Wer seid ihr? Ich bin Johani und das hier ist mein Hain. Das ist mein Heiligtum dunkler Macht. Das ist der Ort, an den ihr vorgedrungen seid. Als ich die dunkle Seite umarmte, suchte ich mir diesen Ort als Zufluchtsstätte aus. Er gehört mir. Ihr habt euch der dunkle Seite ergeben? Warum? Als ich Master Quadra tötete, wusste ich, dass ich nie würde zurückkehren können. Und jetzt ergötze ich mich an meiner dunklen Macht. Ich verfüge über genug Macht, um das Leben aus euch zu quetschen. Dachte ich zumindest. Tja. Douglas hat jetzt niemals stark genug nach 30 Medit-Pics gekült. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Äh, ich wurde vom Rat geschickt, um den Hain zu befreien. Der Rat hat euch also geschickt, um mich zu töten? Da ihr mich so mühelos besiegt habt. Warum habt ihr denn euren Auftrag nicht verendet? Ist es nicht offensichtlich, dass ich nicht gerettet werden kann? Ich habe keinerlei Bedürfnisse, euch zu töten, Johanny. Ihr habt recht. Vielleicht sollte ich das. Ich finde euch gegenüber kein Zorn. Ich wünsche euch Frieden. Nur das Erste. Oh. Ne, 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 ne. Warum will ich es nicht zu Ende bringen? Der Rat hat euch... Äh... Ich wünsche euch Frieden. Kein Zorn. Frieden. Doch selbst mit eurer naiven Einstellung habt ihr es geschafft, mich zu schlagen. Ich bin lächerlich. Ich sitze hier und denke, ich wäre so großartig, weil ich die dunkle Seite umfangen habe. Aber dabei bin ich ein Nichts. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich den Weg zurückfinden könnte. Ich dachte immer, man würde mich zurückhalten. Die anderen Jedi wären eifersüchtig auf meine Macht. Doch in Wahrheit war es nur, weil ich nicht gut genug war, um ihren Standards gerecht zu werden. Ich war es niemals. Äh, jetzt besinnt euch doch, Johanny. Ihr seid eine bezaubernde junge Frau von außergewöhnlichen Talenten. Ich danke euch für eure freundlichen Worte, Jedi. Ich habe offenbar noch viel zu lernen. Sowohl darüber, was es heißt, ein Jedi zu sein, als auch darüber, was es heißt, ich selbst zu sein. Doch ich wünschte, der Preis meiner Ignoranz wäre nicht so hoch gewesen. Ich wünschte, mein Meister hätte nicht wegen mir leiden müssen. Es ist nicht eure Schuld, Johanny. Das ist es. Verdammt. Hätte klappen können. Ich war es, die sie verletzt hat. Nein, jetzt denkst du noch gegen sein. Ich war es, die sie getötet hat. Ihr Leiden ist allein meine Schuld. Lasst mich mit meinem Schmerz allein. Oh Mann. Ist so nett. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt, wo ich mein... Äh, selbst im Tod wird sich da meist... Was? Wird sie in der Macht weiterleben. Achso, ist meine Frau. Das Leben dient dazu, dass wir lernen. Genau. Doch lernen muss nicht mit dem Tod enden. Ich war es, die sie verletzt hat. Ich war es, die sie getötet hat. Ihr Leiden ist allein meine Schuld. Lasst mich mit meinem Schmerz allein. Okay. Haben wir es jetzt im Prinzip geschafft? Warte mal. Kurz gucken, ob es alles geschafft wird. Video-Prüfung. Bringt ihr dazu, sich von der Dunkelheit abzuwenden oder vernichte sie, um den Meditation-Hein für alle Zeiten zu reinigen. Erst dann hast du die letzte Prüfung bestanden. Okay. Entweder tönen oder überreden. Eins von beiden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm. Der Meister kannte die Risiken. Sie wusste ja, dass ich stur sein würde. Doch sie dachte auch, dass ich mich am Licht orientieren würde. Doch ich enttäuschte ihr Vertrauen und wurde Opfer meiner eigenen inneren Dunkelheit. Ich war es, die sie verletzt hat. Ich war es, die sie getötet hat. Das sagt sie ständig. Ihr Leiden ist allein meine Schuld. Lasst mich mit meinem Schmerz. Oh Mann, komm schon. Kann doch nicht wahr sein. Irgendwas muss doch nichts sein. Ich weiß nicht, was ich... Ähm. Okay, komm. Wenn sie noch am Leben wäre, nehme ich mal das Erste. Gebe es so viel, was ich ihr sagen könnte. So viel, für das ich mich entschuldigen würde. Wie kann mich der Rat nur jemals wieder akzeptieren, nach dem, was ich getan habe. Einen Meister im Zorn niederzustrecken, ist unverzeihlich. Macht euch keine Sorgen, Johanny. Man wird euch sicher wieder aufnehmen. Der Rat mag ja eine Menge vergeben. Wieso? Doch nicht, was ich getan habe. Ich bin verloren. Jetzt... Gott. Ich weiß nicht, was ich... Jetzt muss ich von vorne anfangen. Ähm. Ja, selbst den Tod. Zorn. Zeig ihnen, dass ihr euch von dieser bederblichen Gefühle befreit habt. Wenn ich ihnen zeige, dass ich frei von Leidenschaft bin, dass Frieden in mir ist, dass ich bereit bin, meiner dunklen Seite abzuschwören. Vielleicht, ja. Vielleicht würde man mich wieder aufnehmen. Vielleicht, genau. Denkt ihr, das würden sie tun? Ja, ja. Und jetzt, komm schon, dann was endlich geschafft. Bei innerer Frieden und innerer Harmonie werden ihnen zeigen, dass ihr es aufrichtig meint. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben es geschafft. Ich danke euch, Meister Jede. Meister Jede. Ich werde dann zum Rat zurückkehren. Ich werde mich ihrem Richtspruch unterwerfen und hoffen, dass man mir verzeiht. Ich danke euch erneut. Ich bin mir sicher, ich werde über euch noch große Dinge hören. Wir haben es geschafft, aber wir haben keinen helle Seite Punkt bekommen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Aber hier liegen so ein paar Mandalorianer. Vielleicht können wir die zumindest punkten. Vielleicht haben die irgendwas. Nahkampffschild? Oh, geil. Vielleicht mal ausrüsten. Wir sollten uns eh mal gucken, dass wir besser Rüstung finden. Ähm. Das Nahkampffschild? Das nehmen wir doch mal. Was ist das Leben? Können wir hier noch das zweite Waffe einzig anlegen? Okay. Auch funktioniert anscheinend. Ähm. Was ist mit ihr? Nö. Sieht alles, was sie braucht. Annes Schild vielleicht noch. Was ist mit ihm? Oh, er hat noch gar keine Schilde. Oder sie sind aufgebrochen. Das kann natürlich auch sein, dass sie einfach schon verbraucht wurden. So. Ja. Damit haben wir den Hain, glaube ich, gereinigt, oder? Das könnte es gewesen sein, ja. Maschenpanzer? Ja, das brauchen wir aber auch eine Rüstung. Vielleicht sollten wir uns doch wieder die Rüstung anziehen und auf diese Fähigkeiten einfach verzichten. Bin ich mir nicht wirklich sicher. Aber wir haben zumindest den Hain, ähm, den Hain gereinigt oder gekleert, was auch immer. Ähm. Jetzt können wir uns direkt zurückporten oder wir laufen zurück und gehen noch mal gucken, was hier so ist. Weil wir haben kaum noch Medipacks und noch fünf Stück. Schon wieder so viele verbraucht. Ich glaube, wir teleportieren uns erst mal zurück und dann gehen wir wieder hierher und schauen, was wir machen können. Holen uns noch ein paar Medikits. Zurück zu ihm. Hauke, genau. Gucken wir mal, dass wir uns hier noch ein paar Medikits holen. So. Woher wusstet ihr das? Achso, er hat uns gefragt, ob wir die Höhen geschritten haben. Ich habe da so eine Quelle. Ich hätte da einen Vorschlag bei euch. In diesen Kinirath-Hölen wir mit uns von Kristallen wertvollen Kristall. Klar, die die benutzen um daraus ihre Laserschwilter zu machen. Aber doch nicht alle, Nee, wir werden die die nicht hintergehen. Auf keinen Fall. Nö, 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 das ist nicht. Nein. Äh, auf keinen Fall. Ich glaube nicht, dass der Orden solch ein Handeln gutheißen würde. Ihr müsst ja nicht gerade dem Rat der Liede auf die Nase legen. Und wer würde denn ein paar Kristalle mehr oder weniger vermissen? Aber egal, Glück überlegt es euch. Nein, wir verkaufen den nicht. Bringt mir diese Kristalle und ich kaufe sie euch ab. Ich stelle keine Fragen. Einen werdet ihr für euch selbst probieren. Nehme ich an. Für eure Laserschwilter. Ja, ich bin so zu klein. Er macht seine Sache gut. Es geht hier ja nicht darum, jemanden zu bestehlen oder zu töten. Das erscheint mir nicht irre. Ich halte es für falsch. Das ist auch. Das ist schon dabei. Es wird doch niemand verletzt. Die Nase sind genug Kristalle. Warum gibt es und gibt ihr nicht einfach ein paar davon? und dann gibt es gibt es den Ziv welcher und es hat einen langen Rattenstand zieht das mit hinterher. Auf keinen Fall. Wir werden nicht der Erste. Ich glaube nicht, dass der Yudi-Rat begeistert wäre, aber die kümmern sich nicht darum, die Herrschaft um einen Moment andere zu haben. Ich bin sicher, dass euch ein ganz anderer Grund in mein Geschäft geführt hat. Das kann ich vielleicht tun. Ich will mehr D-Packs. Heute noch. So, kaufen wir nochmal ein paar. Nochmal fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vielleicht hat er auch irgendwie Rüstung, die wir anziehen können. Ein leichter Kampfpanzer. Oh, mittel schon. Irgendwas, was leicht ist. Kampfanzug. Kann ich den Kampfanzug anziehen? Den haben wir doch, glaube ich, sogar schon. Und trotzdem die Fähigkeiten benutzen. Er ist ja leicht. Okay. Nee, geht nicht. Sobald ich die Rüstung habe, kann ich diese Fähigkeiten nicht benutzen. Ha. Seltsam. Dass es nicht irgendwie sowas wie Roben gibt, die ein bisschen Panzerung Ursachen, also ein bisschen Panzerung Rundia. Nee, nee, gibt auch nichts. Gut, okay. Dann überlege ich gerade, machen wir jetzt noch, gehen wir schon mal die Quest ab oder gehen wir nochmal zurück? Wir können natürlich nochmal zurückgehen und versuchen, dieses Rätsel zu lösen, aber das schaffen wir so nicht. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Und dann schauen wir mal, ob wir da weitermachen. Ob wir diesen Mordfall da hinten lösen können. Sieht so seltsam aus, wenn er mit zwei Schwertern rumläuft. So. Sarah war, glaube ich, hier rechts in diesem Trainingsraum. Ich glaube, hier steht er. Ah ja, da ist er. Salestin, genau. Damit haben wir jetzt zumindest die Quest fertig. Der alte Hain wurde gereinigt. Johanny wurde davon abgehalten, sich noch weiter auf dem Pfad der dunklen Seite zu verirren. Dank euch wandelt sie nun wieder im Licht. Doch obwohl sie gerettet werden konnte, solltet ihr stets daran denken, was mit ihr geschah. Johanny ist eine treue Dienerin der Ideale des Ordens. Aber dennoch war sie für die dunkle Seite empfänglich. So wie wir es alle sind. Sie hat im Training voller Zaun nach ihrem Meister geschlagen und sie schwer verletzt. Doch es war Quatras Wahl, Johanny auf diese Weise auf die Probe zu stellen. Offenbar hatte sie nicht so Unrecht damit. Johanny wurde geläutert. Ihr habt euren letzten Test bestanden. Ich gratuliere euch, Schüler. Oder sollte ich sagen, ich gratuliere euch, Padawan? Ihr seid würdig, zu den Jedi zu gehören. Ich will euch hiermit als Erster in unserem Orden willkommen heißen. Ja, das ist so seltsam, dass wir das Lichtschwert kriegen, bevor wir überhaupt ein Jedi waren. Also, das ist irgendwie seltsam. Ähm, okay, jetzt gehen wir mit ihm zu den anderen. Und dann werden wir willkommen geheißen. Schneller. Rhythmor. So, passiert jetzt was? Wo muss ich die alle nacheinander anklicken? Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr... Nja, sehr gut. Ich grüße euch, junger Padawan. Ha. Seid ihr hier, um das Wissen der Vergangenheit zu suchen? Denn wer aus der Vergangenheit nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. So heißt es doch, oder? Als Chronist der Akademie hier auf Dantuin finde ich eure Suche nach Wissen bewundernswert. Aber ich will euch nicht mit der ganzen langen Geschichte des Jedi-Ordens überfordern. Ihr solltet die Geschichte von Rewan studieren. Sie enthält viele nützliche Lehren, die uns helfen könnten, Malak und die Sith zu besiegen. Nope, kein Interesse. Äh, das haben wir alles schon gemacht. Mö. Dann sprechen wir jetzt noch mal mit diesem kleinen Yoda hier. Es ist schön zu sehen, dass Johani auf die helle Seite zurückgekehrt ist. Ich muss euch für eure Leistungen gratulieren. Eure Taten geben uns Hoffnung für die Zukunft. Eure Ausbildung ist jetzt beendet, Padawan. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns um die Ereignisse in dem Traum kümmern, den ihr und Bastila gemeinsam hattet. Als wir von der Ruine aus euren Träumen hörten, erkannte Master Dorak sofort, dass es eine der zahlreichen alten Ruinen hier auf Dantuin sein muss. Sie liegt östlich von der Enklave. Wir schickten einen Jedi, um der Sache nachzugehen, doch er ist nicht zurückgekehrt. Vielleicht war es ein Fehler, ihn zu schicken. Die Macht führt euch durch die Visionen, die ihr empfangt. Vielleicht ist die Erforschung der Ruinen euer Schicksal. Deswegen hat der Rat sich entschlossen, dass ihr sie untersuchen sollt. Das Geheimnis, um Malak aufzuhalten, könnte in einer der Ruinen verborgen sein. Ihr müsst sie untersuchen und herausfinden, was Rewan und Malak dort gesucht haben. Ich glaube, bei der Ruine waren wir vorhin schon. Das ist die, in der wir nicht reingekommen sind. Genau, was geschah da mit dem hier? Das wissen wir nicht. Das sollt ihr ebenfalls herausfinden. Wir, wir befürchten das Schlimmste. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ähm. Ich will eigentlich gar nichts wissen. Master Vlug ist manchmal sehr schroff und kritisch. Der Weg. Äh, okay, jetzt soll ich mir wen aussuchen? Wir nehmen... Puh, ich will noch mal ihn benutzen. So. Okay. Ich verlange Gerechtigkeit. Die Familie Sendrel hat sich wie Mehltau über Dentuin gelegt. Sie muss bestraft werden. Der Rat wird sich um die Angelegenheit kümmern, Herr Matalay. Ihr müsst geduldig sein. Ihre Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Und wir wollen doch nicht, dass es zu Ärger mit den Sendrels kommt, wenn es sich um einen Irrtum handeln sollte. Irrtum? Mein Sohn Shen ist verschwunden. Wer wollte bezweifeln, dass die Sendrels dafür verantwortlich sind? Es gibt auch noch andere Erklärungen für das Verschwinden eures Sohnes. Bäh. Ihr Jedi könnt doch wirklich nur reden. Ich werde jedenfalls nicht mehr lange warten, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Egal wie groß die Bedrohung durch Darth Malak und die Sith auch sein mag, dürfen wir Jedi unsere anderen Verpflichtungen nicht vernachlässigen. Der Rat hat Achlan Matalay versprochen, das Verschwinden seines Sohnes zu untersuchen. Wenn ihr Zeit habt, Padawan, solltet ihr euch um die Angelegenheit kümmern. Aber was mit meiner Jedi ausbildung? Natürlich ist eure Ausbildung von großer Bedeutung, aber die Jedi sind kein Mönchsorden. Unsere Lehren und unser Wirken muss auch über die Mauern der Akademie hinausgetragen werden. In der echten Welt da draußen müssen wir uns des Titels Jedi als würdig erweisen. Denkt stets daran, Padawan. Diese Aufgabe hat ihre eigene Bedeutung. Außerdem kann sie uns für eine Weile auf andere Gedanken bringen und das hat durchaus einen Wert. Na gut, dann machen wir das. Ähm, Level Up, das ist gut. Automatisch Level hoch. Und sieh auch nochmal. Okay, da ist es sehr schade. Damit haben wir das soweit fertig. Dann machen wir jetzt als nächstes die Quest mit Matalee würde ich sagen. Genau. Das werden wir dann in der nächsten Runde machen. Okay, hier sind ein paar Informationen. Ja, das kriegen wir hin. Okay, also in der nächsten Runde machen wir dann diese Quest hier weiter und ich hoffe, ihr schaut auch dann wieder rein. Also, bis denn. Tschüss. jetzt. Das war's.